Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3660. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. An der Milch scheiden sich die Geister. An der Milch scheiden sich die Geister. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen und bin dann wohl einfach eingeschlafen. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen und bin dann wohl einfach eingeschlafen. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen und bin dann wohl einfach eingeschlafen. Damit wir wissen, was in der Nacht passiert ist, machen wir morgens eine Teambesprechung. Damit wir wissen, was in der Nacht passiert ist, machen wir morgens eine Teambesprechung. Ich begrüße dich als neuen Mitarbeiter in unserem Team. Ich begrüße dich als neuen Mitarbeiter in unserem Team. Es wird dir bei uns gefallen. Ich begrüße dich als neuen Mitarbeiter in unserem Team. Es wird dir bei uns gefallen. Die Katze sitzt auf dem Tisch. Sie möchte den Platz nicht verlassen. Die Katze sitzt auf dem Tisch. Sie möchte den Platz nicht verlassen. Die Katze sitzt auf dem Tisch. Sie möchte den Platz nicht verlassen. Heute werde ich 14 Jahre alt. Ich werde bald erwachsen sein. Heute werde ich 14 Jahre alt. Ich werde bald erwachsen sein. Kannst du mir das Spiel erklären? Ich weiß nicht, wie es geht. Kannst du mir das Spiel erklären? Ich weiß nicht, wie es geht. Mein Nacken tut wieder weh. Ich sitze zu lange an meinem Schreibtisch. Mein Nacken tut wieder weh. Ich sitze zu lange an meinem Schreibtisch. Willst du die Melone mit mir teilen? Willst du die Melone mit mir teilen? Willst du die Melone mit mir teilen? Ich fühle mich jung und bin auf jeden Fall noch nicht zu alt für moderne Musik und Trendsportarten. Ich fühle mich jung und bin auf jeden Fall noch nicht zu alt für moderne Musik und Trendsportarten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich werde dich im Auge behalten. Ich werde dich im Auge behalten. So einen Fehler lasse ich dir nicht noch einmal durchgehen. Es gibt Frauen, die sind einfach immer gut angezogen, sowohl morgens beim Bäcker als auch abends im Club. Die Scheidung ist vollzogen. Beim Kartenspielen mit meinen Freundinnen vergeht die Zeit wie im Flug. Mein Lieblings Eis ist Erdbeere. Aber es müssen immer mindestens vier Kugeln sein. Mein Lieblings Eis ist Erdbeere. Aber es müssen immer mindestens vier Kugeln sein. Abends saßen wir noch lange bei einem Bier zusammen und redeten über alte Zeiten. Abends saßen wir noch lange bei einem Bier zusammen und redeten über alte Zeiten. Heute ist mein letzter Tag bei dieser Fluggesellschaft. Ich habe ein besseres Angebot bekommen. Heute ist mein letzter Tag bei dieser Fluggesellschaft. Ich habe ein besseres Angebot bekommen. Ich habe ein besseres Angebot bekommen. Lara hat ihre Arbeit im Büro erfolgreich abgeschlossen und freut sich auf ihre Freizeit. Lara hat ihre Arbeit im Büro erfolgreich abgeschlossen. Lara hat ihre Arbeit im Büro erfolgreich abgeschlossen und freut sich auf ihre Freizeit. So geht das nicht. Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr euch diesmal alle viel mehr anstrengen. Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr euch diesmal alle viel mehr anstrengen. Nimm einfach das Fernglas. Dann kannst du viel besser sehen, wie sich die Rehe verhalten. Nimm einfach das Fernglas. Dann kannst du viel besser sehen, wie sich die Rehe verhalten. Alle meine Gedanken sind auf die Zukunft und den erfolgreichen Start meines Unternehmens gerichtet. Ich merke, dass ich in Stresssituationen nicht besonders belastbar bin. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann musst du eigentlich an. Wo ist das her? Dann kannst du auch an dieflowenden Musik wieder lenken. Und du kannst du auch an dieu. Dann kannst du auch an dieuze. Wir hören uns nicht. Und du kannst dich an dieuze. Auch mal nötig. Aber das ist der Tatj Sohk.